ich habe eigentlich gar keinen Bock ich will die nicht nehmen ja du hab jetzt kein Kuchen hab nie gespielt, ich will, ich will, ich will die gewinne GIPS mir hier jo Leute, hier ist euer Porus Korn dabei habe ich heute den guten alten Genki-Dama sag mal hallo, Digga, das geht noch, warte ich lasse es jetzt einfach laufen, Digga, ich bin müde jo Leute, ich bin auch wieder am Start, ich bin hier grad noch am rumprobieren am rumprobieren, man kennt ihn ja, ich hab das hier jetzt mal rumprobiert ich hab noch ein bisschen probiert hier Digga, die A-Aufnahme leckt so sehr, jetzt kannst du vergessen kann nicht aufnehmen, Alter, ich hab echt gedacht es klappt mit dem Aufnehmen, aber es wird nichts oh, ich hasse dieses Spiel hab jetzt wieder seit 2-3 Wochen gar keine Leute gespielt ist schlau, wenn man besser werden will also kann ich nur empfehlen, einfach gar nicht zu spielen ich mach was ich will auf dem Kanal, Digga ich mach was ich will auf dem Kanal, Digga Hauptsache Videos dem bin ich König Klix Klix ja, morgen kommt mein erster Rap-Track gegen Upward als Feature, aber ich nehme mal Share dabei berühmtes Rapper Deutschland wir kennen ihn alle Digga, wär das schon Nemo oder Spongeboss Pfff Leo Marschiff ich lass mich da meinen Käh machen, meine Fresse ja, ich hab' den Käh du hast einen Gegner getötet, ich weiß hat sich gut an gefühlt hat sich gut an gefühlt wirst du wirklich erst was mit Videos, wenn ich meinen Fähigkeiten hab meinen neuen dein PC dein Nicer Drive-PC dein 1-nices Gaming Machine der hat den nicht sprach der hat die nix geradknopft der hat da nicht geradknopft ganz nett richtig nix geradknopft Ağhhh E Eee, Uuu Du so A, E, I, O, du gehörst auch mit dazu. Ah, meine Narben läuft mir krank. Ja Leute, ich lade jetzt einfach mal hoch bei dir. Milka-Lol. Und BOW. Zwei genau gleiche Spiele, kein Unterschied. Ich lasse die Leute, die WoW mit LOL vergleichen. Das ist richtig AIDS, Alter. Ja, echt so. Es ist schlimmer. Vor allem WoW ist halt besser. Das kann man vergleichen. Okay, jetzt würdest du Dragon Ball mit Yu-Gi-Oh vergleichen. Ist halt null möglich. So ein Goku, Dicke. So ein Goku, so. Setz mal eine Karte, Genki-Dama. Unglaubliche Genki-Dama. Ja, Genki-Dama. Ob es davon wohl einen YouTube-Kanal gibt? Ich wundere mich. Mann, oh Mann. Und wenn ja, dann muss ich den ja direkt abonnieren. Schlechteste Werbung aller Zeiten. Leute, abonniert mich einfach. Verdumm. Die Lache ist so schlecht, Alter. Ich weiß nicht, wo ich die herab, Alter. Ich bin bezaubert, ich bin tot. Ich bin schon viermal gestorben. Ich bin auf dem Ort. Ich weiß, aber ich bin ein riesiger Roboter. Das hügt mich nicht. Was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hochladen sollten. Was? Machen wir aber. Ich schneide das so, dass es damals gut wird. Und wieder in der Arbeit bis mitten in die Nacht. Aber das ist unser Wert für den YouTube-Kanal. Oh, Roscon. Ja. Weil ich ja auch von YouTube lebe. Die Einnahmen, die sind unglaublich. Schokuzel, die sind beste Bruder. Ich habe bis jetzt so viel eingenommen, ich kann mir sogar schon einen Center-Schock leisten. Aber nur einen. Mach das erstmal nach. Haha. Wolltest du mich klauen hier, Schawina? Ja, deine Mutter wollte ihn klauen. Was? Oder ne, der erknopft mich. Das ist so dumm, er erknopft mich. Oh, der erknopft. Oh, der erknopft. Oh, der erknopft. Wir haben nur ein Ziel vor den Augen, nur ein Ziel. Der Nexus muss fallen. Komm her, Bruder. Ja, Digga. That burned. Ich glaub, der Volker will aus dem Meer. Oh, oh, oh. Schon dumm, so ohne hier. Hey. I said for you. I want money. Who cares? Me. Who doesn't want money? Duh. You're also dead. Alone, Alter, Junge. Kannst du echt kein Englisch? Hehehe. Jebemms1 spaßt. Diese Szene zum Beispiel wird rausgeschnitten. Oh, das war richtig dumm. Wow. Hat der, guck mal, einfach grad nen Penta gemacht, nur weil der explodiert ist. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. Das war richtig. N-gegen? 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 N, H-N, N, ok Ich hatte schon mal den besten Humor Der schlechtesten Champion, den ich im Modus bekommen, Alter Aids, Alter Du, Reksaid Rek Aids RIP Aids Kein Ding, Jungs, ich... Oh, 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 oh Oh, oh, der mag ich aber richtig gerne Ja, komm her, nimm... Morabd Hab ich nicht bekommen Jetzt fick ich den Turm auseinander, Digga, ja, Digga Ich wollte einfach nur reingehen gerade. Mach den Nexus-Blatt. Mach den Nexus-Blatt. Mach den Nexus-Blatt. Mach den Nexus-Blatt. Da ist der Nexus-Blatt. Da ist der Nexus-Blatt. Ah!